Ja und willkommen zurück zu Tomb Raider 2 Custom Level. In der letzten Folge sind wir ja in einem anderen Level gelandet und zwar in Hidden Opera, das eigentlich wie das Custom Level Return to the Opera aussieht so ein bisschen, also der Anfang. Ich weiß ja nicht wie es da weiter aussieht. Und ja, ich habe lange nicht aufgenommen. Zum einen, weil ich jetzt schon die ganze Woche lang krank bin, wie ihr hört. Ich bin erkältet, habe Kopfschmerzen, ich hatte Fieber und ja, keine Ahnung. Und zum einen, ihr wisst, wegen dem Internet, ich bin ja jetzt auch umgezogen und ja, keine Ahnung. Ist jetzt ein bisschen schwierig immer mit Folgen hochladen, aber ich denke trotzdem, dass das Ganze mal ablaufen wird mit dem Hochladen. Außer vielleicht jetzt jeden Tag wird wahrscheinlich jetzt nichts kommen, aber es wird auf jeden Fall in der Woche was kommen. Also jetzt nicht nur ein Video, auf keinen Fall, auf jeden Fall mehrere. So, ich habe genug gelabert und jetzt geht's ab hier. Mensch, äh. Ich labere echt zu viel. Ich labere echt zu viel. So, hoff mit dir. Und dann will ich mal wissen, ob... Oh, das geht sogar. Ja, also Leute, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Custom Level Return to the Opera erinnert. Ich habe das vor einigen Wochen mal let's played. Dieser Anfang, der sieht genauso aus, ne, wie das Custom Level. Naja, wir werden ja jetzt gleich sehen, ob es tatsächlich genauso aussieht. Äh. Ja, okay, nicht ganz. Da fehlt ein Dach. Und da fehlt ein Fenster, aber es sieht trotzdem gleich aus. Also es sieht auf jeden Fall sehr gleich aus, aber, ne, halt anders gemacht. Oh. Hm, schade. Wo ist er denn? Könnte ich den doch bestimmt von hier aus erwischen. Na, kommt schon. Ey, der will nicht kommen, ne. Oder ich muss den... Ne, ich muss den, glaube ich, von unten machen. Oh, jetzt sogar ein Boot. Ein Boot. Das schnapp ich mir auf jeden Fall gleich. Aber erstmal diesen... Äh. Diesen Typen hier zu bezeitigen. Mit, glaube ich, jetzt nicht so einfach. Äh, nicht so schwer, meine ich. So, haben wir denn noch was? Nö. Cool. Ach ja, läuft. Wow. Es ist wieder riesengroß. Es ist riesengroß. Übers Meer hinaus. Nein. So. Bevor ich da ins Boot steige, gucke ich mich erstmal hier rum. Okay, da kann ich schon mal vergessen. Da ist nichts. Was ist hier mit? Okay, die würde sogar irgendwann aufgehen. Was ist hier? Auch nichts. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir später irgendwann wieder hierher kommen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal da nach hinten. Aber da ist ja gar nichts. Hä? Da ist gar nichts. Oh nein. Ich wollte eigentlich... Achso, da geht's doch weiter. Es sah gerade so aus, als ob da gar nichts ist. Naja. Egal. So, Lara. Ich hoffe, das Boot ist nicht zu laut. Okay, es ist wieder etwas laut. So, Leute, bevor ich da... Rüber fahr, ne? Wird erstmal gespeichert. So, und los geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow, wow, wow. Wow, ich bin ja gleich tot. Was? Nein. Wie viele Medi-Packs habe ich denn? Ja, okay. Sieben große, jetzt sechs große. Das geht eigentlich. Ja. Ich hatte gerade überlegt, erst... Ich glaube, den beseitige ich von der anderen Seite aus. Na toll. Na toll. Oh toll, jetzt komme ich hier so nicht hoch. Na ja. Na ja, na ja. Egal. Dann muss ich halt aufs Boot wieder... So, und wieder raus. Sehr gut. So, ich gucke mich jetzt erstmal um. Es sieht so aus, als ob man da irgendwie... Ah ja, da ist sogar ein Eingang. Da kann man rauf irgendwo. Ja, ja, alles gut. Oh, ich habe gerade gesehen, das ist ein Schalter. Ein Schalter. Ja, hör mal, das finde ich ja gut. So. Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine... Achso, da... Achso, da würde es weitergehen mit dem Boot. Ich glaube, das muss ich sogar, oder? Oder kann ich von hier aus irgendwie rauf? Das glaube ich ja fast irgendwie nicht. Hat er überhaupt was verloren? Ja, hat er. So. Nehmen wir es mal bitte. Okay, gut. Bevor ich aber ins Boot steige, möchte ich nochmal eben hier gucken, ob ich hier irgendwo hoch kann. Aber sieht nicht so aus. Muss ich wahrscheinlich mit dem Boot weiterfahren. Mit dem Boot. Ja, mit dem Boot. Da fahren wir mal weiter. Ich habe, glaube ich, auch alles hier aufgehoben. Müsste eigentlich... So, und rein. Schafft sie es? Verdammt. Ähm. Hallo. Ich möchte da so reinspringen, so cool. Cool. Was will die Musik mir sagen? Huch. Huch. Also es sind auf jeden Fall keine Gegner hier. Also noch nicht. Ich weiß ja nicht, wie das... noch wird. So. Dann erst mal hier rauf. Müsste eigentlich gehen. Ja, sehr gut. Okay, hier sind keine Gegner. Das wundert mich. Das wundert mich sehr. Okay, da ist eine verschlossene Tür. Ja, wie öffnet man die? Indem man einen Schalter findet. Ah, ich muss hier genau gucken. Nicht, dass ich hier irgendwie so einen Schlüssel vergesse. Oder übersehe. Besser gesagt. Ich tue die Waffen mal weg. Okay, okay, okay. Okay, es sieht nicht so aus, als ob hier ein Schlüssel liegt. Also ich hoffe, ich übersehe keinen. Das wäre ja nicht so cool. Oh nein, Vorsicht. Ja, aber wo muss ich dann hin? Also die Tür da unten ist zu. Die beiden Türen sind zu. Geht die auf, wenn ich da... Nee. Was? Da ist noch eine dritte Tür. Eieiei. Ja, was mache ich denn jetzt? Okay, okay. Hä? Ich gehe mal kurz nach hinten. Vielleicht liegt hier irgendetwas. Aber ich glaube nicht. Okay. Der Rom sieht genau so aus wie der andere. Naja. Ja, da muss ich mich nochmal weiter umschauen. Vielleicht mal im Wasser. Weil hier oben irgendwie... Wisst ihr nichts. Oder ich übersehe einfach mal wieder was. Vielleicht einen Schalter oder so. Aber ich glaube, ich gucke erst mal im Wasser. Oh. Oh. Ich gucke da mal hier unten. Hallo? Okay, okay. Also. Es wäre schön, wenn hier irgendwo eine Öffnung wäre. Und ich wüsste, wo es weitergeht. Okay. Hier sind wir hergekommen. Ah, okay. Aber ich tauche nochmal eben kurz auf. Nachher stirbt die Laramie hier weg. Und das wäre ja nicht so cool. Und das wäre ja nicht so cool. Ganz und gar nicht. Wir tun das einfach mal im Return to the Vanice. Ja. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir auf keinen Fall mehr. Wo führt der Weg mich nur hin? Ein sehr langer Unterwassergang. Ja, sowas mag ich ja nicht so gern. Das ist mir immer zu gefährlich. Okay. Ich komme in einen großen Raum. In einen großen, großen Raum. Und ich muss wahrscheinlich bis ganz nach oben. Ja, natürlich. Ich hoffe ohne Gegner. Äh. Was? Ach so, da liegt sogar was. Aha. Aha. Ach, habe ich das vermisst, wie die Aha sagt. Da liegt auch nochmal was. Aha. Aha. So. Wo gehe ich denn hoch? Ich weiß es nicht. Ich weiß das Ganze gar nicht. Aber ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ja, und auch diese Folge ist wieder etwas kürzer. Ihr wisst ja, warum. Ich habe das ja erklärt im letzten Partei. Oder am vorletzten Partei. Ich habe keine Ahnung. Naja. Egal. Bis zur nächsten Folge. Ciao.